Einen wunderschönen Herzlich Willkommen, ähm, leider hatten die folgenden Videos immer wieder klappt, ich hoffe mal, dass es heute mal endlich klappt, ähm, heute spielen wir mal, äh, PewDiePie, YouTuber, Simulator, Tycoon, ähm, es hat sich alles ein bisschen verändert seit heute, ähm, ich gehe mit euch ein bisschen darauf ein, was hat sich verändert, was ist neu, was ist, ähm, veraltet, und, ja, kommen wir mal rein. So, äh, ich lade jetzt mal wieder, uh, 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 äh, der Hintergrund und sowas ist gleich, das Profil ist auch gleich, gehen wir mal nach oben auf den Bildbarten, der ist auch gleich, äh, geblieben, und ich frage mich, wo der gerade hier diese, so, äh, da wollte ich, ja, da wollen wir auch nicht weiterschauen, Auch nach Menschen, ich bin fast 22 Nippel, und ein Video ist gerade fertig. Ja, hier sieht man einmal, hat man vorher hier 446 Minuten gesehen, jetzt sieht man hier 4862 Minuten, 6 Minuten haben schon, ja, mal wie ich sich angeschaut, Äh, äh, 155,62 Millionen, hat sich schon eingenommen, wow, da finde ich schon sehr viel. Aber gehen wir in jedem Fall runter zu den Videos, so, ähm, da habe ich irgendwie heute nur eins gefunden, so, einfordern, äh, das hilft mir auch nicht weiter. Also, die Videos sind länger geworden, vielleicht kommt da ein bisschen davor an, weil ich, ähm, schon Level 22 fach bin, keine Ahnung, weiß ich nicht, man kann hier Post mal 2, das mache ich hier, ne, dann kann man das, die dann, ähm, der Münzen mal 2 nehmen, aber das brauche ich nicht, weil ich so generell auch gut einnehme. Ja, so, der Asla ist ein Sponsor, und auch, wenn man auf die Kiste klickt, bekommt man nie und nie Geld, oder Abonnenten. Daneben ist einmal so ein Gehirn, da kann man den kaufen, ich kaufe mir weit Wurst, da ist das dann mal, einmal, ja, sonst, hier unten bin ich noch nicht weiter gekommen. Und, ja, daneben ist was zum Einkaufen, da hat sich das jetzt ja verändert. So, man muss jetzt nicht mehr wieder ganz nach unten scrollen, ich, ups, Gott, ich rollt nur bis, wie hier, 1, 5, 10, 15, nur bis zu der, ja, 15 Zahl, und was da drüber ist, das wird, oder da drunter ist, das wird einfach nicht mehr angezeigt. Wird diese Leute dann noch angezeigt, ähm, und dann gibt es hier Türe, Leute, Blöcke, die gibt es neu, wie zum Beispiel der Sandblock, den will ich nicht kaufen, oh Gott, ähm, und ein paar neue Sachen, zum Beispiel der Minecraft-Blog, sag ich nicht mal, ist neu, oder der Stein-Blog, und, ja, was da drüber ist, das kann ich auch noch nicht sehen, das kommt erst, wenn ich dann genügend, ähm, ja, Geld zusammen habe, dann kann ich trotzdem hier mal suchen, was, ähm, ich dann noch sehen, das ist hier auch zum Beispiel neu, ähm, so. So, jetzt gehen wir mal zu den zwei Leuten mit dem Chat-Symbol zu hier. Hier hat sich auch was verändert. Auf der linken Seite ist mir Freunde, das kann man immer noch benutzen, man kann, man kann Geschenke bekommen, oder Freunde, Geschenke, äh, schenken, ich kann auch Freunde dazu nehmen. Das neue ist das Netzwerk. Ja, hier sieht man erst schon, ähm, man kann selber ein Netzwerk erstellen, ähm, und, ja, hier hat schon jemand, ähm, auch Geld dazu getan, sieben, äh, sieben, äh, siebenundfünfzig Komma hundert Jus, äh, und dazu genommen, sechzig Erfahrungspunkte, eintausend braucht man, aber unendlich 418. Verstehe ich mir dann auch nicht. Nämlich für eins, ja. Ähm. Okay. Ist das überhaupt? Aha. Ja. Da muss ich mich auch daran noch selber einleben. Dann ist Netzwerk-Uni, das sind Läppel, wenn man ein Läppel verzeichert, dann bekommt man irgendwie unser Beschenk. Verwertungsbeschenk, Bors, Mavus, Werbung, Kappel, Lieferzeitsbors, Mavus, Bessere, Geschenke, und, und, und. Und, oder man kann selber in ein Netzwerk beitreten, ja, ähm, wer alle bereit Läppel 1 Bestenliste ist. Ich bin natürlich nicht mit Internet verbunden. Ja, okay, warum auch immer. Ja, das war eigentlich, das andere ist alles gleich, ähm, geblieben. Daneben ist nochmal die, ähm, Missionen. Da kann man sagen, wie ich letztlich weiß, die Schachter ist, dann bekommt man zwei Gehörner, bloß 960 Abonnenten, zwei Dollar. Und hier versendere Missionen, die man machen kann, wo man sich an einem Tag schaffen. Ähm, aber echt wäre auch, ja, sinnvoll, echt oft am selben Tag dann noch zu schaffen, weil man am nächsten Tag bekommt man wieder neue Sachen und, ja. Ähm, hier auch den Home-Button ist eigentlich auch alles gleich geblieben. So, ah, klar. So, aber unten. Das ist hier gleich geblieben. Da hat sich nichts verändert. Auch die Räume zu auszuwählen, hat sich auch nicht verändert. Dann hier, ähm, ja, ich bin hier Lepthel 25 von 32. Ja, ist noch nicht perfekt, aber ich will irgendwann zu, ähm, Lepthel, äh, ja, Stufe 2 oder 3 aufsteigen. Und wahrscheinlich werde ich vielleicht, äh, hoffe ich mal, den, den ersten auch überholen. Das ist mein großes Ziel. Und was mein Ziel ist für dieses Jahr, äh, auch insgesamt 50 Abonnenten zu bekommen. 25 Gefängnissen fehlen mir noch. Und, ja, da komme ich gleich nochmal dazu. Hier hat sich auch ein bisschen verändert. Hier kann man Audiosprache mit wirkenden Erfolge, Optionen, Bestenliste, Datenschutz, Linie, Meldspiel, Synthetisch, Bild. Ja. Ich sag dann damit, ähm, ich würde mich wünschen, ähm, wenn du einfach einen Daumen, äh, hinterlässt, wenn dir das Spiel gefällt und keine weiteren Themen von Spielen, Technik oder andere Sachen, ähm, verpassen möchtest, dann abonniere einfach kostenlos meinen Kanal. Und, damit lade ich von meinem Kanal auch wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Hier auf meinem Kanal. Ihr kommt nicht noch zu der Endcard. Ja. Ihr könnt es schon abonnieren. Ähm, zum nächsten Video. Ich kann manchmal ein bisschen dauern, bis da aktualisiert wurde von mir. Aber damit auch wiedersehen. Tschüss. Ich kann manchmal ein bisschen dauern, bis da ein bisschen dauern, bis da ein bisschen dauern, bis da ein bisschen dauern. Ich kann manchmal ein bisschen dauern, bis da 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 ein bisschen dauern. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao.